Giovanni Zarella, Schlag ins Gesicht. Heftige Kritik an seiner Show. Die Giovanni Zarella Show flimmerte vergangenen Samstag bereits zum elften Mal über die TV-Bildschirme. Doch das Publikum ist offenbar so langsam gelangweilt. Aber woran liegt das? Bereits zum elften Mal moderierte Giovanni Zarella, 46, am vergangenen Samstagabend die Giovanni Zarella Show. Seit drei Jahren flimmert die ZDF-Show über die TV-Bildschirme und begeistert, eigentlich, Fans des deutschen Schlagers. Doch so langsam sind die Zuschauer genervt. Es hagelt immer mehr Kritik an der Schlagershow. Sicher kein schönes Gefühl für den Moderator. Aber was stört die Fans? Viele Zuschauer beschweren sich, ist doch immer das Gleiche. In der letzten Show waren unter anderem Roland Kaiser, Andrea Berg, Maite Kelly, Andreas Gabalier oder Ramon Rosselli zu Gast in der Dortmunder Westfalenhalle. Doch die Auswahl der Stars hat nicht jedem Zuschauer gefallen. Immer dieselben Gäste, wird langsam langweilig, ist doch immer das Gleiche. Bei denen treten jedes Mal Andrea Berg und Maite Kelly auf oder braucht man nicht zu gucken. Immer nur dieselben Künstler, ist auf Social Media zu lesen. Besonders Maite Kelly ist immer wieder in der Giovanni Zarella Show zu sehen. Bereits neunmal war die Schlagersängerin in der Show zu Gast. Anders als Andrea Berg oder Roland Kaiser, sie waren zuletzt im vergangenen Jahr in der Schlagershow zu Gast.